Bargeld, Schmuck oder wichtige Dokumente, was auch immer Sie vor Langfingern schützen möchten, findet in diesem Stahlsafe mit digitalem Cotschloss sicheren Unterschlupf. Dank kompakter Maße und Montagehilfen können Sie den Tresor gut versteckt in Nischen oder Möbeln einbauen. Zwei massive Stahlbolzen und innenliegende Scharniere verhindern das Aufhebeln der stabilen Stahlblechkonstruktion. Nur wer den bis zu achtstelligen Code kennt, kann den digitalen Safe öffnen. Alle anderen scheitern an über einer Million in Frage kommenden Zahlenkombinationen. Eine rote LED am Tastenfeld warnt Sie bei niedrigem Batteriestand des Cotschlosses. So müssen Sie nicht selbst zum Panzerknacker werden. Sollten die Batterien doch einmal leer sein, öffnen Sie den Safe dank Notschlüssel und Geheimschloss auch ohne Coteingabe. Das ist natürlich auch dann hilfreich, wenn Sie die Zahlenkombination mal vergessen haben. Mit diesem Stahlsafe gehen Sie auf Nummer sicher und machen es Dieben richtig schwer. Also bestellen Sie jetzt und setzen Sie auf maximale Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017